Es ist der 11. April, 1 Uhr nachts, ich kann jetzt schon sagen, ich hab es verkackt Ich hab mal wieder kein Special gemacht und in drei Tagen wird das nichts mehr, du sparst Ich wollte letztes Jahr einen Kurzfilm machen, doch dann konnte ich es nur verkacken Doch ich hab die Skripte immer noch in OneNote verpackt und wenn ich zum Entdecken halt irgendwann Um zu merken, dass ich keine Fristen pack, braucht's auch kein Hellseher und dafür bekommt jetzt Special einen 16er Doch dafür fühl ich ihn mit Neistigkeit und mit freshen Lines, mit denen ich jedem zeig, dass ich der König von Pigments bin zu jeder Zeit Bei Schleifbock haben brauch ich mehrere Stunden, doch jetzt hab ich das Schreiben in 10 Minuten überwunden